So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr hier reinschaut zu meinem Video zu Marvel Champions The Card Game. Ein kooperatives Kartenspiel für ein bis vier Spieler, so ein Deckbauspiel, bei dem ich mir halt vor dem Spiel meine Helden und eben auch mein Deck selbst konstruieren kann. Es gibt hier im Grundspiel fünf verschiedene Decks, also fünf verschiedene Helden, die vier verschiedene Aspekte haben können, mit jeweils noch drei verschiedenen Gegnern, die man jeweils auf Normal- und Hard- bzw. Experte spielen kann. Da sind noch so bestimmte Nebendecks drin, die man auch reinmixen kann, die auch die Schwierigkeit nochmal anpassen. Also wir haben hier super viel Variation, schon gleich im Grundspiel und können das halt beliebig kombinieren. Also jeden Superhelden mit jedem möglichen Aspekt, da haben wir schon allein 20 verschiedene Arten drin, wie man das Spiel spielen kann. Die Bösewichte kann man sich immer wieder neu zusammenstellen. Also für ein Grundspiel von so einem FFG-LCG-Spiel, so ein Living-Card-Game, ist da einfach schon verdammt viel drin. Und das wird jetzt keine wirkliche Rezension. Ich werde euch einfach eine Solo-Partie einmal vorspielen. Ich werde hier Ski-Hulk nehmen, mit der habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht. Gefällt mir persönlich am besten. Da habe ich erst ein bisschen Abstand vorgenommen, weil es halt so einen Charakter, den kennt man nicht. Man kennt halt Hulk und dann Ski-Hulk, aber macht zum Spielen tatsächlich durchaus Spaß. Und ich spiele jetzt einfach mal eine Partie, erkläre dabei, was ich so mache, dann bekommt ihr auch gleich einen Eindruck von den Mechaniken. Natürlich ist es ein kooperatives Spiel, bei dem der Koop-Aspekt auch sehr groß ist. Da werde ich dann nochmal an geeigneter Stelle drauf eingehen. Und ich werde natürlich auch die Regeln erklären, was ich hier so mache. Aber wie immer bei so einem Solo-Spiel, wenn man nebenbei noch mit der Kamera redet, können sich da halt Fehler einschleichen. Darum guckt mal in die Kommentare. Leute, die hier schon ein paar Mal gespielt haben, werden da Dinge anmerken, die mir vielleicht durchgerutscht sind oder wo ich irgendwas falsch erklärt habe. Vom Grundprinzip her wollen wir jetzt hier gegen Reno kämpfen. So ein Bösewicht-Gegner, von dem ich noch gar nicht wirklich viel gehört habe, aber ich bin noch nicht so tief drin in der Welt, hat 14 Punkte pro Spieler, also 14 Lebenspunkte. Da ich alleine spiele, hat er jetzt halt 14 Lebenspunkte. Und diese Lebenspunkte wollen wir kaputt hauen. Das Problem ist nur, er hat zwei Stufen. Wenn wir normal spielen, fängt er auf 1 an und geht dann zu 2 über. Wenn wir jetzt auf einer härteren Schwierigkeit spielen würden, wenn wir gleich auf Level 2 anfangen und dann zu Level 3 übergehen. Aber das ist erstmal unser erstes Ziel, diese 14 Lebenspunkte runterballern. Das hier oben ist sein Deck und das hier sind so seine Pläne, die er ausdeckt oder so ein Plan, den er gerade hat, so den großen Einbruch. Es wird tatsächlich in diesem Spiel von Bösewicht zu Bösewicht so eine kleine Geschichte erzählt. Das ist so als Hintergrund da, es ist aber absolut kein storygetriebenes Spiel. Und diesen Plan hier will er halt irgendwie durchführen und sobald er hier sieben Bedrohungsmarker pro Spieler, also jetzt nicht alleine Spiele, eben sieben Stück erreicht hat, dann hat er diesen Level von diesem Plan geschafft und tatsächlich ist dann das Spiel sofort verloren, weil dann hat der Einbruch quasi geklappt. Und wenn wir jetzt mehr Spielern spielen würden, wären hier halt 14, 21 oder 28 Bedrohungen drauf, die man erreichen müsste. Und andere Gegner haben auch dann noch einen zweiten Level von diesem Scheme, wie es so schon heißt, der Plan. Da steht auf der Vorderseite auch eigentlich immer, was man so beim Setup machen muss, ob irgendwelche bestimmten Karten gleich rein müssen. Aber hier ist jetzt nicht, das ist wirklich der Einführungsbösewicht, den man nimmt, wenn man das Spiel kennenlernen möchte und dann vielleicht, um auf Experts ein bisschen besser ranzukommen. So, ich habe jetzt hier Jennifer Waters, im wahren Leben Anwältin, wenn sie dann irgendwie sauer wird. Ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert in echt in dem Comic-Universum, aber dann wird sie halt zu Ski-Hulk. Und das ist auch eine ganz interessante Mechanik. Die Karten haben immer einmal die Alter-Ego-Seite und einmal die Hero-Seite. Und das hat immer unterschiedliche Auswirkungen. Wir fangen halt mit der Seite hier an. Das heißt, 15 Lebenspunkte, das ist so das, was wir am Anfang haben. Das ist tatsächlich relativ viel. Alle anderen, die ich bisher gespielt habe, haben weniger. Und sie hatten eine Hand-Size von 6. Deswegen habe ich jetzt vorher schon mal die Karten hier gemischt. Ich habe die auch wirklich gut gemischt, nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt irgendwas vorbereitet. Sondern einfach dann 2, 4, 6 Karten genommen. Und das ist jetzt das, womit ich anfange. Und ich habe jetzt diese Karten auf der Hand. Aha, schon mal gleich richtig gute Karten. Hier Avengers Mansion. Da zieht man einfach immer eine Karte extra per Runde. Die will man eigentlich so früh wie möglich haben. Der Trick ist jetzt beim Spiel, diese Karten bezahle ich mit anderen Karten. Hier oben stehen immer die Kosten drauf. Kostet 4, 4, 0. Also die kann ich einfach so spielen. 1. Das hier ist keine Karte, die ich aufspielen kann. Dann was muss ich dafür zahlen? Hierfür, um die Karte auszuspielen, müsste ich im Normalfall 4 Karten spielen. Aber ich muss in erster Linie Ressourcen bezahlen. Und die Ressourcen stehen immer hier unten. Das heißt, ihr seht das. Jede Karte hat eine Ressource. Deswegen eigentlich immer, um das zu bezahlen, müsste ich jetzt 4 von diesen Karten abwerfen. Aber diese Karte, die Energy, die hat hier gleich 2 Symbole. Das heißt, die ist schon mal 2 wert. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte mich gerne verbessern dauerhaft und möchte Avengers Mansion aufspielen, um immer eine Karte mehr zu haben. Was zum einen natürlich gut ist, weil damit kann ich bezahlen. Es kann gleich so eine Karte sein, womit ich dann halt noch besser bezahlen kann. Oder ich habe einfach mehr Auswahl an guten Karten, was extrem wichtig ist. Kann ich sagen, okay, ich spiele die aus. Hier stehen auch Keywords drauf. Keine Sorge, Keywords sind in diesem Spiel überhaupt kein Problem bisher. Die sind wichtig, weil sich bestimmte andere Karten drauf beziehen. Aber ihr müsst nicht lernen, was bedeutet diese Schlüsselwort. Das triggert immer irgendwas Bestimmtes. Das kann es vielleicht später noch geben. Jetzt hier im Grundset auf jeden Fall nicht. Auch wenn ich davon mehr ins Deck nehme, um die früh zu ziehen, darf ich nur eine pro Spieler haben. Und ja, ich würde jetzt auch spielen. Jetzt müsste ich halt überlegen, mit welchen Karten möchte ich bezahlen. Ich werde auf jeden Fall hier diese Energy-Karte ablegen. Damit habe ich jetzt schon mal 2 von 4 bezahlt. Dann gucke ich halt, was ich hier sonst noch so habe. Und dann sage ich mal, okay, jetzt am Anfang noch alles ganz cool. Ich bezahle vielleicht einfach mal mit diesen beiden Karten. Die liefern einfach 2 Ressourcen. Die Art der Ressourcen ist fürs Bezahlen von Karten erstmal absolut egal. Es kann sein, dass es sowas wie hier gibt. Wenn ich irgendwie, um diese Karte zu bezahlen, so eine Ressource benutzt habe, was hier dieses Symbol hier zeigt. So nochmal in groß. Das hier, wenn ich das zum Beispiel damit bezahle, dann triggert der bessere Effekt. Und sowas gibt es halt immer mal wieder. Dass ich manchmal, um Karten auszulösen, einfach bestimmte Ressourcen brauche, worauf man auch beim Deckbau achtet. So, jetzt habe ich das gespielt, das bezahlt. Jetzt habe ich als Aktion, kann ich die Karte erschöpfen, um einen Spieler zu wählen. Das kann auch wer anders sein. Wie gesagt, es ist sehr, sehr, sehr kooperativ für ein kooperatives Spiel. Und tapp das dann. Und dann darf ich jetzt in dem Fall einfach eine Karte ziehen. Jetzt habe ich Legal Practice. Legal Practice ist immer dann wichtig und gut, wenn hier schon Bedrohung draufliegt. Aber ist jetzt noch nicht der Fall, weil wir gerade anfangen. Das heißt, jetzt könnte ich sagen, okay, ich flippe mal meine Form. Das heißt, von meinem Alter Ego, von Jenny Waters, möchte ich jetzt gerne zu Skihulk werden. Das darf ich einmal pro Runde machen. Und zwar von mir aus. Es kann sein, dass es Karten gibt, die sagen, flipp das Ganze. Dann habe ich meinen eigenen Flipp noch nicht verbraucht. Das heißt, ich könnte dann wieder zurückflippen. Und da hat jetzt auch jeder Held natürlich auf beiden Seiten unterschiedliche Fähigkeiten. Bei Skihulk ist es natürlich ganz cool, wenn man sie dreht. Und das einfach immer als Reaktion darauf, dass man sie gedreht hat, wenn man die Form gewechselt hat. Also dahin macht man zwei Schaden auf einen beliebigen Feind. Jetzt ist hier der Feind. Später kann er auch so Minions haben, so Gehilfen, die uns auch irgendwie das Leben schwer machen. Das heißt, jetzt kriegt er hier erstmal zwei Schaden. Der gute Reno. Und ich muss noch zwölf machen, um halt seine erste Stufe zu besiegen. Jetzt kann ich, wenn ich will, gleich richtig viel Schaden machen. Weil jetzt habe ich hier noch diese Werte. Thwart, das heißt quasi vereiteln. Also wenn er hier Bedrohung aufbauen will, um seine Pläne durchzuführen, kann ich halt das hiermit immer wieder runternehmen. Gucken wir uns vielleicht später auch nochmal an. Attack heißt, ich würde jetzt einfach mit drei Schaden angreifen. Und Defense 2, wenn ich halt angegriffen werde, kann ich sie verbrauchen, um Schaden zu verhindern. Aber dann kann ich halt die anderen Effekte in meiner nächsten Runde nicht mehr machen. Sehen wir auch gleich. Jetzt würde ich jetzt nur sagen, ich mache Attack, dann tabbe ich sie, um anzuzeigen, dass ich das schon gemacht habe. Und dann geht das hier von zwölf auf neun runter. Das ist schon mal ganz cool. Jetzt habe ich ja hier bei meinen Handkarten noch One-Two-Punch. Das ist ein Event, wird also einmal abgehandelt und dann gleich weggelegt. Kostet mich halt eine Karte. Da könnte ich sagen, ich werfe Legal Practice weg. Und dann führe ich das aus. Das heißt, als Response, nachdem ich angegriffen habe in meiner Basis-Attacke, was ich gerade gemacht habe, kann ich meinen Helden wieder ready machen. So, habe ich jetzt gemacht. Und jetzt könnte ich halt sagen, okay, ich möchte vielleicht hier dieses Sword machen, also das Vereiteln. Für Deutschland ein schreckliches Wort. Habe ich auch vorher noch nie irgendwo groß gehört. Aber jetzt könnte ich jetzt sagen, okay, ich bin ja wieder ready. Also mache ich nochmal Attack und mache nochmal den Schaden hier drauf. Und da muss man jetzt sagen, dieser Gegner ist wirklich ein Einführungsgegner. Und mit diesem Charakter ist der relativ easy. Aber was hier im Kartendeck drin steht, das kann auch ganz anders kommen. Und dass ich jetzt noch groß rumtöne, den mache ich gleich in 10 Minuten platt. Und dann habe ich irgendwie zwei Runden später verloren. Das kann sein. Und wenn ich den jetzt normal spielen würde, ohne die ganze Zeit zu erklären, was ich mache, Viertelstunde, 20 Minuten ist man ungefähr durch diesen Gegner mit diesem Charakter. So, und jetzt bin ich fertig mit meinem Zug. Jetzt mache ich erstmal alle Karten wieder ready. Okay, dann kann ich überlegen, möchte ich diese Karte, möchte ich Nick Fury abschmeißen oder nicht. Ich würde jetzt mal sagen, naja, der ist so cool. Ich behalte den mal lieber. Und jetzt ziehe ich auf mein Handkartenlimit wieder auf. Das heißt, da ich schon eine Karte habe, ziehe ich nur noch drei Karten. Und warum drei? Wir haben doch vorhin gelernt, Handkartenlimit bei ihr, Hand Size ist sechs. Aber wenn ich meine Form wechsle, kann sich das ändern. Und hier steht jetzt eben, ich hoffe, die Kamera fängt da scharf ein, Hand Size 4. Und das kann teilweise noch krasser werden. Ich habe Iron Man noch nicht gespielt, aber ich glaube, der kann normalerweise in seiner Ich-bin-super-Reich-Form sechs Karten haben. Und in der Iron Man-Form, wenn er noch nicht seinen Anzug zusammengebaut hat, nur eine Karte. Also da muss man mal gucken, wie mache ich das jetzt? Ich bin ja jetzt noch Ski-Hike. Ich habe das ja einmal vorhin geflippt. Bin jetzt auch wieder hier ready. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt vier Karten auf der Hand. Kann man die auch schon mal gleich angucken. Die grauen Karten sind immer so Standard-Karten. Das hier ist eine Ski-Hike-Karte. Sie hat immer die gleichen 15 Karten im Deck. Diese Standard-Karten kann ich beliebig austauschen. Und ich habe ja auch hier und jetzt noch diese Ausprägung Justice. Da gibt es halt noch andere. Damit kann ich dem Helden auch immer wieder einen neuen Charakter geben. Und auch immer dafür sorgen, dass er sich ein bisschen anders spielt. Und andere Fähigkeiten hat. Und ja, das war jetzt mein Teil der Runde. Die Runde ist aber noch nicht zu Ende. Das heißt, jetzt ist der Gegner dran. Das Erste, was der Gegner immer macht, ist Bedrohung aufbauen. Und da guckt man, was steht hier drauf. Hier steht plus 1 pro Spieler. Das heißt, da ich alleine spiele, kommt hier einfach nur ein Bedrohungsmarker drauf. Würden wir jetzt zu viert spielen, würden da 4 drauf kommen. Da müsste man aber natürlich auch 28 erreichen, bevor wir das Spiel verloren haben. Aber bei 7 ist Schluss. Das sollte ich immer einigermaßen im Blick haben, damit da nichts passiert. So, dann kommt der zweite Teil der Runde vom Bösewicht. Und da ist immer wichtig, in welcher Form bin ich. Wenn ich in meiner Superheldenform bin, dann laue ich ihm quasi auf. Wir bekämpfen uns. Ich versuche ihn irgendwie an seinen Plänen zu hindern. Und er kann nicht seine Zeit aufwenden, sich damit zu beschäftigen, das Ganze durchzuführen. Also hauen wir uns jetzt. Und da guckt man, er hat in der Form hier jetzt eine Grundangriffsstärke von 2. Das heißt, er macht mir 2 Schaden plus, hier kommt jetzt noch so eine Karte hin, die gleich aufgedeckt wird, die den Schaden vergrößern kann. Das heißt, ich kann jetzt für mich überlegen, möchte ich das verteidigen? Ich habe einen Verteidigungswert von 2. Wenn ich das also tappe, dann verhindere ich 2 Schaden. Also die Menge an Schaden, die hier reinkommt, auf jeden Fall. Hier können halt 0 bis 3 sein. Ich glaube, in dem Szenario sogar nur 2. Das heißt, es kann sein, dass ich trotzdem noch ein bisschen Schaden bekomme, aber halt weniger. Oder, dass ich vielleicht auch gar keinen Schaden bekomme. Aber sie bleibt dann getappt. Und wenn ich gleich wieder dran bin, ist sie immer noch getappt. Erst am Ende meiner Runde kann ich sie wieder enttappen. Ich kann dann trotzdem die Form wechseln, aber ich kann die Aktionen nicht durchführen. Das heißt, da muss ich jetzt überlegen, möchte ich das verteidigen oder nicht? Da She-Hulk tatsächlich auch besser wird, wenn sie wütend ist, also wenn sie ganz viel Schaden bekommen hat, sage ich mal, ich verteidige das nicht. Wir decken die Karte auf und die macht nochmal 2 zusätzlichen Schaden wegen dieser 2 Symbole hier. Alles andere, was auf der Karte drauf ist, interessiert nicht. Es interessiert nur das hier. Außer, da ist ein Stern. Dann gibt es immer hier oben Text in der Regel und so einen Strich und dann darunter nochmal einen Text. Und dann muss man halt, wenn man die Karte aufdeckt, den unteren Text ausführen. Aber jetzt wird der Schaden einfach um 2 erhöht. Das heißt, ich bekomme 2 Attack plus 2 durch die beiden Symbole. Also insgesamt 4 Schaden. Das ist bei mir jetzt noch okay. Ich gehe dann von 15 auf 11 runter. So ein Spider-Man, der nur 10 Lebenspunkte hat, für den kann er schon ganz schön hart werden. So, und jetzt kommt der zweite Teil der Runde. Jetzt bekommt einfach jeder Spieler so eine Karte. Da ich alleine bin, bekomme nur ich so eine. Das ist jetzt eine Treachery. I'm tough. Wenn revealed, also wenn die aufgedeckt wird, dann bekommt Reno eine tough Status Karte. Das heißt, die hat er jetzt. Wenn er schon eine hätte, würde sie Search bekommen. Das heißt, die Karte würde einfach abgelegt werden und es kommt eine neue. Okay, dadurch, dass er tough hat, ist er jetzt eine Runde besonders widerstandsfähig. Egal, wie viel Schaden ich ihm das nächste Mal zufüge, es wird einfach diese Karte abgelegt. Das ist natürlich nicht so gut, gerade weil ich 3 Schaden machen kann, was schon echt nicht so wenig ist. Aber es gibt auch auf der Homepage zum Beispiel eine Challenge, die für jeden Superhelden so 2-3 Aufgaben hat. Eine Aufgabe bei ihr ist, nur mit ihrer Grundattacke insgesamt 30 Schaden zu machen. Das ist schon was. Da muss man halt das Deck dann drum herum bauen. Ist auch so ein spaßiger Aspekt für den Spiel. Hat diese Challenges zu lösen und halt zu gucken, was kann ich alles mit den Mechaniken machen. Aber Gott sei Dank macht er sonst nicht viel übel. Das heißt, das ist auch schon sein ganzer Zug. Immer Bedrohung hier drauflegen, angreifen oder wenn ich in der Form hier bin, dann würde die Bedrohung erhöht werden. Das gucken wir uns sicher auch gleich nochmal an. Dann jedem Spieler so eine Karte zuteilen, abhandeln. Da können eben auch Minions bei sein, Gegner, die ich dann habe, die ich bekämpfen kann. Aber das war es auch schon. Das ist tatsächlich sehr elegant. Da muss man einmal reinkommen, wie jetzt der Ablauf genau ist, wer wann wie welche Karte bekommt. Ich würde das auch nicht mit 4 Leuten spielen, auch nicht mit 3 Leuten am Anfang. Die erste Partie gerne zu zweit. Dann ist man da tatsächlich nach ein, zwei, spätestens drei Partien, denke ich, ganz gut drin. So, also bin ich jetzt wieder dran. Ich habe ja hier meine Karten, den größten Teil zu Standardkarten, plus eine von mir, mit der ich wieder zweimal angreifen kann. Was natürlich erstmal super gut ist. Ich würde jetzt erstmal wieder das hier am Anfang benutzen, um einfach nochmal eine Karte nachziehen zu können. Mehr Auswahl zu haben. Hey Maker, da könnte ich halt drei Schaden auf den Gegner machen für zwei Ressourcen. Alternativ könnte ich jetzt auch sagen, das ist eben das Schöne bei diesem Spiel. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Die sind alle richtig cool. Ich könnte jetzt überlegen, möchte ich nochmal angreifen. Dann würde ich hier drei Schaden machen, würde mich tappen, würde dann diese Karte spielen, müsste eine andere Karte abwerfen, könnte mich wieder enttappen und nochmal Schaden machen. Dann wäre der erste Level besiegt. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Da muss ich natürlich auch überlegen, welche Karte will ich wegwerfen. Ich könnte dann zum Beispiel sagen, ich werfe Nick Fury weg. Und dann könnte ich danach noch Heymaker ausspielen, wo ich nochmal drei Schaden direkt auf die nächste Stufe mache. Dann müsste ich aber Mockingbird abwerfen. Und wenn ich Mockingbird ausspiele, dann ist der Gegner gestunt. Das heißt, das nächste Mal, wenn er angreift, kommt einfach nur diese Stuntkarte weg und er greift mich nicht an. Das kann auch wichtig sein, weil ich da einfach eine Runde lang Ruhe habe, wenn ich in dieser Form bleibe, wo er mich angreift, was er dann einfach nicht mehr tut. Gut, also gucken, einfach schnell killen oder versuchen, sich so ein bisschen aufzubauen. Da ich euch aber gerne mal Nick Fury zeigen möchte, zeige ich euch mal, wie der funktioniert. Der ist nämlich so ein bisschen speziell, auch sehr wie in den Filmen. Ich spiele den jetzt aus. Der kostet halt vier Ressourcen. Da diese Karten alle jeweils nur eine Ressource haben, muss ich die schweren Herzens abwerfen. Das wird sicher nicht die beste Entscheidung sein. Dann kann ich Nick Fury ausspielen. Der hat drei Lebenspunkte. Der hat einen Thwart, also einen vereilten Wert von zwei. Das heißt, er kann dir zwei Bedrohungen runternehmen. Der kann mit zwei angreifen. Und wenn ich ihn ausspiele, kann ich entweder zwei Bedrohungen irgendwo runternehmen. Ich kann drei Karten ziehen oder vier Schaden auf einen Gegner machen. Und da kann ich jetzt tatsächlich sogar sagen, okay, ich ziehe vielleicht einfach mal drei Karten. Hätte ich jetzt die Option gewählt, vier Schaden zu machen und hier nochmal drei Schaden zu machen, wäre das auch ganz okay gewesen. So kann es jetzt sein, dass mir gleich am Ende der Runde vielleicht ein Lebenspunkt fehlt. Warum gucken wir uns gleich an? Das wird auch tatsächlich so sein, weil ich jetzt diese Karten nachgezogen habe, womit ich keinen Schaden mache. Und jetzt könnte ich zum... Ah, nee, es fehlt sogar noch mehr Schaden. Von daher war das doch ganz gut. Ich könnte jetzt Nick Fury benutzen. Das ist so ein Alley quasi. Da steht hier oben drüber. So ein Verbündeter. Um zwei Schaden zu machen. Der hat eine Attack-Wert von zwei. Oder zwei Bedrohungen runterzunehmen. Ich muss mich jetzt halt entscheiden. Also tappe ich den. Und dann würde ich hier normalerweise zwei Schaden drauf machen. Weil hier Taff drauf liegt, kommt Taff einfach runter. Jetzt sind hier aber Sterne drunter. Die haben natürlich auch was zu bedeuten. Dadurch, dass der mit dem kämpft, ist das natürlich so. Er kriegt auch in die Fresse. Also pro Stern einen Schadenspunkt. Und der hat drei Leben. Das heißt, das kann der maximal drei Runden lang machen. Dann wird er mich wieder verlassen und ist dann erstmal futsch. Aber vielleicht habe ich hier noch mehr Nick Furies drin. So, von daher hat mir das jetzt gar nicht. Die Karten sind jetzt tatsächlich gerade gar nicht so praktisch. Hiermit kann ich einfach Bedrohungen verhindern, wenn die da drauf kommen. Für null. Das werde ich gleich wahrscheinlich auch nutzen. Das ist einfach eine Karte, die mir zwei Ressourcen bringt. Und mit der kann ich auch wieder Bedrohungen von Karten runternehmen. Wofür ich halt Karten abwerfen muss. Ja, tatsächlich gerade beides nicht so super gut. Also würde ich sie jetzt einfach mal tappen, benutzen, um drei Schaden zu machen. Dann ist der Reno immerhin auf drei Lebenspunkte runter. Und dann wäre mein Zug auch quasi schon durch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich wechsle aber vorher nochmal meine Form, dass ich wieder Jenny Waters bin, die Anwältin. Dann würde ich diese Karte hier wegwerfen und diese beiden Karten behalten. Da ich jetzt meine Form gewechselt habe, habe ich wieder ein Handkartenlimit von sechs. Das heißt, ich ziehe wieder die Karten nach. Guck da mal, was ich da so schönes habe. Oh, Integration Room finde ich sehr gut. Wenn ich Minions aus dem Spiel nehme, kann ich hier meinen Marker runterlegen. Echt toll. Hier bekommt man einen Schaden und darf dafür eine Karte ziehen. Das ist ganz gut, weil sie hat eine Spezialfähigkeit. Deswegen hat sie auch so viel Leben, wo sie sagen kann, okay, ich greife jetzt an. Ich mache jetzt diese krasse Fähigkeit, diesen Gamma-Ausbruch. Und da macht sie jetzt so viel Schaden, wie sie selbst Schaden bekommen hat. Das heißt, wenn sie von den 15 Lebenspunkten vielleicht runter ist auf einen, macht sie mit einem Angriff 14 Schaden. Damit wäre der instant kaputt. Hier kann man einfach die Fähigkeiten ein bisschen pushen. Und hier kann man auch wieder Bedrohungen runternehmen mit so einem Überwachungsteam, das halt guckt, was ist so hier gerade los in der Umgebung und auffällige Sachen. Da schreiten wir mir lieber ein und dann wird die Lage so ein bisschen ruhig gehalten. So, das heißt, ich bin durch. Ich enttabbel wieder alles und mache alles wieder spielbereit. Jetzt ist wieder er dran. Das Erste, was er natürlich immer macht, ist hier eine Bedrohung drauflegen. Würde er eigentlich machen, aber da ich die coole Anwältin Jenny Waters bin oder Jennifer Waters bin, kann ich das einmal pro Runde verhindern. One Threat would be placed und eine Scheme. Also hier verhindere ich eins davon. Also bleibt das jetzt bei eins, was ganz gut ist, weil sieben ist ja nicht mehr so super viel. Aber jetzt kommt er dran. Er hat so ein Scheme Value von eins. Das heißt, er legt da jetzt auf jeden Fall eine Bedrohung drauf, bekommt auch wieder so eine Karte, wo uns nur die Symbole hier unten interessieren. Hier ist jetzt kein Symbol drauf, komplett gar nichts drauf. Das heißt, der Rest hier interessiert uns nicht. Und das ist super gut für uns, weil jetzt kommt einfach nur der Standardwert von einer Bedrohung hier drauf. Damit ist alles ganz okay. Das kann ich nicht verhindern, weil das kann ich halt nur einmal pro Runde machen. Wir sind noch in der gleichen Runde. Also waren die beiden Schritte schon mal nicht so schlimm. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt nochmal dieses Advance. Souverän Schemes. Das heißt, jetzt passiert wieder das Gleiche. Er würde wieder einen drauf machen. Plus, hier ist jetzt ein Symbol hier unten in der Ecke. Also kommen insgesamt zwei Bedrohungen drauf. Und das kann tatsächlich eine Karte sein, die dafür sorgt, dass man gerade Solo das Spiel sehr schnell verliert. Deswegen will man die Bedrohung eigentlich immer unten halten. Aber das war es auch schon. Jetzt geht am Ende der Runde Nick Fury weg. Der bleibt immer nur eine Runde. Deswegen hätte ich eigentlich auch in der anderen Form bleiben können. Und einfach sagen können, er kriegt den Schaden. Und egal, wie viel Schaden der bekommt. Sobald er tot ist, ist der tot oder aus dem Spiel. Und der restliche Schaden, wenn das kein anderer Effekt sagt, geht nicht auf mich über. Also hätte man das durchaus auch anders lösen können. Aber das ist auch das Spaß beim Spiel herauszufinden. Weil die Karten sind oftmals alle gut. Man will die alle haben. Die haben alle ihren Sinn. Manche manchmal mehr, manche weniger. Aber irgendwie denkt man sich, boah, die wäre toll und die und die und die. Genau, das habe ich auch natürlich vergessen. Ich habe ja die Great Responsibility Karte. Die kann ich spielen. Und da sind ja gerade zwei Schaden durch eine Aktion draufgekommen. Das kann ich mit dieser Karte verhindern. Und ich kann das Ganze dafür als Schaden nehmen. Das heißt, ich gehe dann auf 9 runter. Das gefällt mir persönlich natürlich viel besser. So etwas darf man natürlich normalerweise nicht machen, nachdem man neue Karten gesehen hat. Und gemerkt hat, okay, irgendwelche Dinge verändern sich im Spiel. Aber, ja, ich habe es einfach nur vergessen. Vor lauter Erklären. Aber ich ziehe dafür jetzt natürlich keine Karten nach. Also ich bleibe dann bei 5 Karten. Bin dann jetzt aber auch dran. Das heißt, ich würde meinen Zug wieder standardmäßig damit anfangen, dass ich erstmal hier eine Karte ziehe. Die am Anfang zu haben ist echt nicht schlecht. Da lohnt es sich teilweise sogar ein Mulligan für zu machen. Ein Mulligan bei dem Spiel läuft so ab. Ich ziehe meine Startkarten, gucke, was davon möchte ich behalten. Die behalte ich auf der Hand. Die anderen Karten werfe ich ab und ziehe dann neue Karten nach. Ich mische die also nicht wieder rein. Aber immer wenn dieser Kartenstab hier durch ist, bekomme ich sofort eine von diesen Karten, die dann für mich abgehandelt wird. Das heißt, wenn man da zu schnell durch das Deck durchgeht, ist es auch nicht zwingend gut. So, jetzt habe ich First Aid bekommen. Damit kann ich mich heilen. Ich habe Focused Rage bekommen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Surveillance Team. Ich würde jetzt vielleicht erstmal sagen, okay, ich spiele Interrogation Room. Es kommt mir so vor, als hätte ich das gerade schon getan, aber scheinbar noch nicht. Der kostet mich ja eine Ressource. Dafür einfach erste Hilfe. Wer braucht denn hier schon einen Lebenspunkt? Wahrscheinlich bin ich gleich tot. Auch maximal eine pro Spieler. Und immer wenn ich jetzt einen Minion besiegt habe, dann würde ich einfach das Ding tabben. Und dann würde ich hier oder von irgendeinem anderen Scheme, da kann es noch mehr von geben, einfach einen von diesen Markern runternehmen. Das finde ich eigentlich echt ganz gut. Gut, dann könnte ich sagen, ich möchte gerne Focused Rage spielen. Die spiele ich mal hier. Die kostet natürlich drei. Mit Strength kann ich jetzt zwei davon bezahlen. Und dann muss ich überlegen und sage, okay, Upgrade kommt weg, weil damit kriege ich halt plus ein Thwart, also plus ein Vereiteln auf meinen Wert. Das ist gerade nicht so super wichtig für mich. Und dann habe ich die jetzt gespielt. Und die sagt einfach, das ist ein Skill, den She-Hulk jetzt hat. Die kann ich jetzt erschöpfen, was ich tun werde. Nehme dafür einen Schaden. Also ich warte quasi darauf, dass ich diese Karte bekomme, wo ich mit Schaden richtig viel Schaden dann auch raushauen kann. Bekomme also hier nochmal einen Lebenspunkt weniger. Ziehe jetzt noch eine Karte. Mal gucken, was ich mir davon verspreche. Aha, The Power of Justice. Das ist natürlich jetzt ganz praktisch. Ich muss das hier nochmal ein bisschen weiter nach oben hier schieben. Weil die Karte, da habe ich maximal zwei von einem Deck haben, gibt normalerweise nur eine Ressource. Wenn ich sie aber benutze, um eine andere Justice-Karte zu spielen, verdoppelt sie ihre Ressourcen. Das Surveillance-Team kostet mich zwei. Also kann ich die aufspielen. Die verdoppelt ihre Ressourcen. Damit ist diese Karte bezahlt. Und dann kommen hier drei von diesen All-Purpose-Markern drauf. Das heißt, das kann alles Mögliche sein. Das kann Überwachungsmarker sein, Energiemarker, Munition, alles, wofür das halt gebraucht wird. Hier sind das halt Aufladungen von diesem Surveillance-Team. Das heißt, die kann ich jetzt auch hier hinlegen. Leg da diese drei Marker drauf. Und jetzt kann ich halt einmal pro Runde das Ding erschöpfen. Nehme hier einen Marker runter. Und jetzt kann ich halt mit der Fähigkeit, die hier drauf steht, von irgendeinem Scheme eine Bedrohung runternehmen. Also halten wir das hier mal schön unten. So, jetzt habe ich ja meine Fähigkeit noch nicht genutzt. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil da verschwende ich jetzt tatsächlich Schaden. Ich drehe mich jetzt wieder auf die Ski-Hike-Seite. Dann mache ich ja sofort zwei Schaden. Dann bin ich halt hier, oder ist eher der Reno auf eins runter. Und jetzt würde ich halt nochmal angreifen und würde halt den Gegner auf null bringen. Und der überzählige Schaden verpufft. Jetzt ist hier der erste Level, der ja 14 Lebenspunkte hatte. Ich hoffe, ihr habt das richtig eingestellt. Kaputt. Und den tue ich jetzt hier mal weg. Und jetzt kommt der nächste Level, wo er schon drei Schaden mit einem Angriff macht. Das ist natürlich super hart. Und er hat jetzt 15 Lebenspunkte. Also nehme ich das Ding hier wieder und stelle das mal auf 15. Das sollte ich aber hoffentlich auch relativ zügig runterbekommen. Und jetzt steht hier eben auch, wenn revealed, search the Encounter Deck. Discard Pie for the breaking and taking side scheme and reveal it, shuffle the Encounter Deck. Das heißt, jetzt gucke ich hier, wo die Karte ist. Das ist so eine Karte, die schräg gedruckt ist. Hier ist sie. So ein Side Scheme. Also so ein Nebenschauplatz, den er hat. Und dann nehme ich jetzt hier alles und mische das wieder. So einigermaßen gut durch. Das ist jetzt nur so halbherzig gut gemischt. Und das ist jetzt halt nochmal so ein Nebenschauplatz. Da kommen jetzt erstmal zwei Bedrohungsmarke rauf. Das ist immer so die Startbedrohung. Und dann pro Spieler nochmal ein. Also insgesamt kommen da jetzt drei Bedrohungen gleich drauf. Und die Karte ist so lange im Spiel, wie die Bedrohung da drauf liegt. Und das ist insofern nervig. Das heißt, plus eine Karte. Das heißt, immer wenn ich hier Karten bekomme, die mich irgendwie angreifen oder so. Nicht als Boost-Karten, sondern einfach als Ereigniskarten quasi. Wird eine Karte mehr gezogen. Das ist auf Dauer nicht so gesund. Die liegt hier jetzt. Hier kommen diese drei Marker drauf. Und jetzt muss ich halt schon mal mit zwei Karten dealen. Und das ist suboptimal. Aber halt noch einmal 15 Schaden. Dann ist er kaputt. Meine Runde ist zu Ende. Ich mache hier wieder alles ready. Und hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie dummerweise acht Schaden bekomme. Dann ziehe ich Karten nach. Da ich jetzt Ski-Hike bin. Nur vier. Also es nähert sich halt mir nicht dem Ende. Aber ich hoffe, dass ich ihn besiegt habe, bevor ich hier durch bin. Habe Avengers Mansion. Kann ich jetzt auf jeden Fall zum Bezahlen benutzen. Weil die darf ich ja nur einmal haben. Interrogation Room darf ich auch nur einmal haben. Man nimmt die Karten natürlich mehrfach rein. Damit sich die Chance erhöht, dass ich die entsprechende Karte ziehe. Aber wenn ich die natürlich habe, dann ist es doof. Groundstorm ist gut gegen Gegner mit vielen Minions. Dann mache ich einfach auf jeden einen Schaden. Ja, die nächste Runde. Mal gucken, was ich hier ziehe. Was da so passiert. Aber erstmal kommt jetzt halt wieder hier ein Bedrohung drauf. Schritt 1 des Gegners. Hier kommt keine zusätzliche Bedrohung drauf. Außer irgendeine Karte sagt das mal. Aber das gibt es hier in diesem Deck glaube ich noch nicht. Das muss ich einfach nur nach und nach runter ballern. Und dann ist alles gut. Da ich ja in meiner Superhelden Form bin, greift er mich jetzt an. Und sollten hier Minions liegen, würde mich auch jeder einzelne Minion angreifen. Genauso wie wenn ich in der Form wäre, würde der Gegner halt seinen Plan weiter aushacken. Und jeder Minion, der da liegt, würde ihm dabei helfen. Weil ich hier in meiner zivilen Form bin. Da hindere ich ihn nicht daran zu machen, was er möchte. Da baue ich dann eher mich so ein bisschen im Hintergrund auf. Das heißt, ich bin jetzt ja in der Superhelden Form. Also greift er mich standardmäßig mit 3 an. Das kann schon richtig hart werden. Plus nichts. Also einfach 3 Schaden. Jetzt wird es allmählich ein bisschen eng für mich. Jetzt bin ich halt schon auf 5 Lebenspunkte runter. Damit könnte er mich nächste Runde wahrscheinlich töten, wenn ich nicht irgendwie das mache. Also muss ich aufpassen. Sonst habe ich auch ganz schnell das Spiel verloren. Weil jetzt kommt ja auch noch was. Vielleicht passieren jetzt noch Dinge. Falscher Alarm. Das ist jetzt eine Karte aus so einem Extraset, das in diesen Gegner reingemischt wurde. So ein Bombenanschlag, der irgendwo gerade verübt wird. Das ist halt nicht standardmäßig da drin. Da kann man auch andere Dinge nehmen. Wenn die Karte aufgedeckt wird, ist man confused. Wenn man nicht schon confused ist, dann zieht man einfach eine neue Karte. Das heißt, ich bekomme jetzt diese Karte. Und confused sagt einfach, wenn ich oder einer meiner Alliierten hier Bedrohung runternehmen würde, dann kann ich halt einfach sagen, okay, stattdessen muss ich diese Karte abwerfen und mache keine Bedrohung. Ist jetzt eigentlich theoretisch gerade noch gar kein Problem. Aber gucken wir mal, was passiert. Jetzt bin ich schon wieder dran. Jetzt muss ich eigentlich hoffen, dass ich hier mit dem Avenger Mansion eine gute Karte ziehe. Ja, leider ist das jetzt gerade eine super suboptimale Hand für mich. Weil ich kann mit diesen Karten im Prinzip nichts anfangen. Ich muss die eigentlich fast alle ungenutzt wegschmeißen. Deswegen würde ich natürlich sagen, okay, ich bin gerade noch in meiner Heldenform. Ich spiele mal Groundstorm. Ich mache einfach jedem Gegner einen Schaden. Das ist jetzt natürlich super krass verschwendet. Aber besser einen Schaden als keinen Schaden. Muss ich jetzt halt Zweifel bezahlen. Würde ich halt die beiden nehmen, weil das ja die beiden Karten sind, die ich schon ausliegen habe. Und das sind jetzt nur Ressourcen. Da würde ich jetzt vielleicht einfach mal meine Form wechseln zu Jennifer Waters. Dann behalte ich das hier. Aber jetzt habe ich hier noch die Fähigkeit Rack. Also Recovery. Und das heißt einfach, das kann ich jetzt benutzen, um mich um fünf Lebenspunkte zu heilen. Und ich weiß genau, welche Karte ich gleich nachziehen werde. Nämlich die, wo ich mit erlittenem Schaden Schaden austeile. Das wird sicher jetzt passieren. Aber ich möchte halt nicht sterben, weil das sieht eigentlich gerade noch ganz gut für mich aus. Ich bleibe aber tatsächlich confused. Die beiden Karten behalte ich mal auf der Hand. Vielleicht kommen ja jetzt teure Karten, die ich dann irgendwie alle spielen möchte. Ich kann noch das hier benutzen, um einen Marker... Oh, warte. Hahaha. Nee, nee. Ich habe ja Optionen. Ich habe mir hier ein bisschen was aufgebaut. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich nehme hier... Wer aufgepasst hat, hat gemerkt. Ich habe hier vergessen, eine Karte zu sehen. Hier kommt noch die Karte zu. Rino bekommt die Tuff-Status-Karte wieder. Weil, warum habe ich das vergessen? Wäre mir das hier im Spiel... Das heißt, wenn ich hier Karten für mich aufdecke, muss ich immer zwei aufdecken. Das heißt, eigentlich wäre die Karte gekommen und dann die Karte. Das wäre noch die Karte vom Angriff. Und die sagt jetzt einfach hier, er ist nochmal Tuff. Also super doof natürlich. Da ich mich ja gerade geheilt habe, kann ich sagen, solange ich noch in der Funktion hier bin, dass ich da einen Schaden nehme, dann diese Karte exhauste. Also wäre ich jetzt... Das ist gerade verwirrend, aber ja. Also wäre ich jetzt eigentlich auf vier Lebenspunkte, weil ich habe mich ja noch nicht geheilt. Dann gucke ich erst mal, welche Karte kommt hier. Aha. Ja, und das ist doch jetzt ganz gut. Das kann natürlich gerade am Anfang passieren, dass ihr da manchmal sagt, oh, ich habe ja noch Optionen. Was halt das Tolle ist. Wir lieben in solchen Spielen Optionen. For Justice kann ich spielen. Kostet zwei Ressourcen. Ich habe ja The Power of Justice. Verdoppelt die Ressourcen. Also kann ich die spielen, um dieses Event auszulösen. Jetzt kann ich halt von einem Scheme drei Bedrohungen runternehmen. Hätte ich so eine andere Ressource dafür ausgegeben, sogar vier. Ist mir aber egal. Bei die drei Bedrohungen nehme ich einfach mal hier runter. Jetzt ziehe ich nämlich immer nur noch eine Karte und nicht mehr zwei wie eben. Und das macht mir das Leben auf jeden Fall deutlich leichter. Und dann hoffe ich einfach mal, dass ich gleich die Killerkarte ziehe. Das ist jetzt super, super, super risky. Vielleicht bin ich gleich tot. Gut, aber ich greife jetzt an, mache also elf Schaden und dann wechsle ich die Form, damit ich nicht angegriffen werde, sondern hier einfach nur Bedrohung raufkommt, was aber nicht so schlimm ist. Und mache jetzt hier keinen Schaden, sondern muss jetzt hier einfach diese Tough-Karte wegnehmen. Die absorbiert ja einmal den kompletten Schaden, den er bekommt. Aber jetzt kann ich ja nächste Runde wieder angreifen. Und dann wechsle ich die Form, damit ich nicht angegriffen werde. Ich kann mich jetzt nicht heilen. Ich habe also nur vier Lebenspunkte. Ich hoffe, dass ich keinen Schaden bekomme. Es kann sein, dass hier eine Karte kommt, die sagt, er greift dich an, aber in der Form eigentlich immer nicht. Und dann kann ich auch das Surveillance-Team benutzen, hier einen Marker runternehmen, um hier wieder eine Bedrohung runterzunehmen. Und jetzt sieht das eigentlich bis auf meine Lebenspunkte sehr, sehr entspannt aus. Diese Karte behalte ich. Ich bin in der Form, wo ich auch wieder Karten ziehe und zwar viele. Also jetzt habe ich hier sechs. Wir gucken mal. Ja, die Karte, wo ich richtig gut Schaden austeile, kommt wieder nicht. Jetzt muss ich gucken, ob ich gleich mit den Karten irgendwas anfangen kann. Das heißt, am Ende wird alles wieder hier ready gemacht. Ich bleibe confused. Wenn hier keine Marke mehr drauf sind auf der Karte, kommt die auch einfach aus dem Spiel. Das heißt, das Erste, wieder eine Bedrohung hier draufstellen. Jetzt scheme. Nee, eine Bedrohung kann ich ja verhindern, weil ich ja in der Grundform bin. Da hat auch das Confuse keinen Einfluss drauf. Jetzt schemt er. Jetzt macht er seine Pläne. Hier sind zwei Marker drauf, plus eins. Also kommen da drei drauf. Da sollte ich vielleicht auch mal was tun oder ihn möglichst schnell killen. Aber die Karte kommt Gott sei Dank weg. Das ist ja auch noch so ein Sidescheme. Noch so ein Nebenschauplatz, den er aufmacht, wo ich dann erst hier die Bedrohung runternehmen muss. Das ist dieses Ausrufezeichen hier drauf. Aber die ist ja Gott sei Dank nicht im Spiel. Jetzt bekomme ich wieder einfach eine Karte von ihm. Auch nur noch eine, weil ich habe ja dieses Sidescheme hier rausgenommen. Und das ist jetzt Legal Work. Das ist jetzt eine Obligation. Also so eine, von Arkham Horror kennt man das so ein bisschen als Verratskarten. Also eine Karte, die potenziell böse für mich ist. Die halt irgendwie so eine Schwäche darstellt. Und die kann ich jetzt halt entweder den Nachteil in Kauf nehmen. Das heißt, hier würde einfach so ein Acceleration Token drauf kommen. Das heißt, jede Runde kommt da ein Marker mehr drauf. Das möchte ich gerade im Solo-Modus nicht. Oder um diese Karte komplett aus dem Spiel zu nehmen, steht hier eben drauf, dass ich zu meiner alten Ego-Form flippen kann. Also ich kann zu Jennifer Waters werden, was ich schon bin. Und dann kann ich eben sagen, okay, ich exhauste sie. Also kann ich damit diese Runde nichts machen, nicht angreifen oder so. Aber dafür kommt dann diese Karte aus dem Spiel. Hätte ich die andere Variante gewählt, dann würde hier halt so ein Marker drauf kommen. Plus die Karte würde einfach nur abgelegt werden. Sie könnte wieder reinkommen, wenn der Kartenstapel durch ist. Aber die nehme ich jetzt einfach erstmal beiseite. So, das war aber auch schon seine ganze Runde. Ich glaube, da kommt tatsächlich nicht mehr so viel. Und jetzt bin ich leider schon erschöpft. Aber ich kann, wenn ich das möchte, trotzdem meine Seite wechseln. Das wird, glaube ich, jetzt echt hart. Ich würde erstmal Avenger Mansion erschöpfen. Und jetzt ziehe ich hoffentlich... Nein, ich ziehe nicht die Karte, die ich brauche. Das ist natürlich super ärgerlich. Aber ich würde vielleicht einfach mal sagen, okay, ich wechsle mal meine Form. Werde zu Ski-Hike. Auch wenn ich jetzt schon erschöpft bin und nicht mehr angreifen kann. Die Fähigkeit, dass ich zwei Schaden mache, wenn ich die Form wechsle, habe ich halt trotzdem. Also hat er jetzt noch zwölf Lebenspunkte. Ich hoffe jetzt einfach, dass diese spezielle Karte kommt. Weil dann habe ich quasi, ja, habe ich gewonnen. Dann gehe ich nämlich hier runter. Durch meinen Focused Rage nehme ich jetzt wieder einen Schaden. Ziehe jetzt eine Karte. Das ist nicht die passende Karte. Das ist ärgerlich. Vielleicht verliere ich das Spiel jetzt. Aber ich habe auch zu sehr drauf gespielt. Das ist natürlich selbstverschuldetes Leid. So, und jetzt habe ich verschiedene Optionen. Ich würde vielleicht erstmal Jessica Jones ausspielen. Die lege ich mal hier oben so drüber, um anzuzahlen, dass sie auch zu mir gehört. Die kostet mich halt wieder drei Ressourcen. Da könnte ich zum Beispiel hier mit zwei bezahlen. Und dann, ne, die habe ich ja auch schon draußen. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal spielen könnte. Aber dann habe ich jetzt drei Ressourcen bezahlt. Jetzt habe ich Jessica Jones draußen. Und die könnte jetzt mit zwei angreifen oder einmal hier so einen Marker runternehmen. Und ihre Spezialfähigkeit ist Defender. Sie bekommt einfach plus eins auf diesen Wert für jede Nebenscheme. Also jede Nebenquest quasi, die da ausliegt. Und sie hat eben auch drei Lebenspunkte. Ich will den eigentlich so schnell wie möglich tot bekommen und das hoffentlich überleben. Ich erschöpfe sie mal, um hier mit zwei anzugreifen. Dann ist er auf zehn runter. Dann bekommt sie dafür, weil da ein Stern drunter ist. Da können nochmal zwei oder vielleicht sogar drei Sterne drunter sein. Einen Schaden. Dann könnte ich hier nochmal wieder Surveillance Team nutzen. Hier diesen Marker runternehmen, um hier noch eine Bedrohung runterzunehmen. Tatsächlich nehme ich die Bedrohung nicht drunter, weil ich ja confused bin. Und das heißt einfach, immer wenn ich Bedrohung runternehmen würde, dann muss ich still das Ding hier abwerfen. Aber okay, jetzt bin ich halt wenigstens nicht mehr confused. Das ist doch ganz gut. Und jetzt habe ich halt verschiedene Optionen. Ich habe zweimal First Aid. Also die beiden Karten kombiniert mit vielleicht die beiden Karten könnte ich mich jetzt halt um insgesamt vier Lebenspunkte heilen. Ich habe halt nur drei. Mein Plan ist jetzt natürlich zu sagen, okay, wenn er dran ist, dann greift er mich einmal an. Dann, den Schaden frisst sie komplett. Das Problem ist nur, dadurch, dass ich jetzt in der Form bin, da kann es sein, dass Karten kommen, die sagen, er greift dich nochmal an. Das ist gerade ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich riskiere es einfach mal. Ich spiele for Justice. Das ist ja die Karte, wo ich wieder Bedrohung runternehmen kann. Kann ich nur als Held machen. Drei runternehmen. Außer ich würde es mit dieser, mit der Ressource, oh, das kann ich sogar. Also ich spiele for Justice, muss dafür zwei ausgeben. Also einmal das hier und einmal das hier. Ja, das wird schon klappen, denke ich. Dann darf ich jetzt vier Bedrohungen irgendwo runternehmen. Also bin ich hier wieder auf null. Wie gesagt, Solo ist super wichtig. Da wäre ich schon häufiger mal gestorben. Und dann könnte ich jetzt halt einmal noch First Aid ausspielen. Kann das halt mit der Ressource hier bezahlen. Heile mich immerhin um zwei. Also gehe ich wieder auf fünf hoch. Dann ist mein Zug durch. Ich mache alles ready. Und jetzt wird es wirklich spannend. Überlebe ich das oder nicht? Weil ich bin mir, also ich hoffe, dass ich jetzt die, das ist die Karte, die ich brauche. Das wird wahrscheinlich mit einer grandiosen Niederlage enden. Aber gucken wir einfach mal. So, erster Schritt wieder. Da kommt eine Bedrohung drauf. Zweiter Schritt. Er greift mich an. Ich schicke Jessica Jones vor, weil ich sonst wahrscheinlich tot bin. Ja, hart. Da ist jetzt kein Symbol unten drauf. Das heißt, ich hätte den Schaden noch einfach so nehmen können. Das ist natürlich bitter. Sie kriegt jetzt drei Schaden. Sie hat schon einen, hat nur drei Lebenspunkte. Damit ist sie erstmal raus. Aber mir geht es gut. Jetzt kommt die große Spannung. Was ist auf dieser Karte hier drauf? Und zwar haben wir da, oh, er hat jetzt das Enhanced Ivory Horn. Das kommt an ihn dran. Ich kann drei von diesen Ressourcen ausgeben, die eine Faust zeigen, um das abzubrechen. Ansonsten hat er jetzt plus eins Angriff. Also greift er mich immer mit vier plus die Karte an. Eigentlich war mein Plan, dass der schon lange tot ist. Ich habe mir die Karten hier gerade angeguckt. Also muss ich die nochmal gut durchmischen. Wahrscheinlich mische ich die Karte, die ich brauche, jetzt absolut nach unten. Aber nun gut. So, die legen wir mal so dahin. Gut. Aber das war alles. Das sollte hoffentlich gut gehen. Gucken wir mal. Ich bin wieder dran. Ich habe diese vier Karten. Der Helicarrier. Damit kann ich immer Karten einen billiger machen. Die ist jetzt ein bisschen obsolet. Aber gucken wir erstmal. Ich nehme hier Amgras Mansion und habe jetzt Superhuman Strength. Die habe ich schon mal. Ich nehme nochmal einen Schaden. Ich bin einfach so wagemutig und mache das mal. Und hoffe, dass ich jetzt diese Karte ziehe. Damit kann ich das Spiel im Prinzip nochmal machen. Jetzt muss ich mal gucken. Eigentlich ist jetzt gerade alles super gut, weil ich kann gleich einfach die Form wechseln. Dann sollte mir eigentlich nichts passieren. Wie gesagt, ein einfacher Gegner. Den Helicarrier spiele ich jetzt nicht mehr. Der macht nur am Anfang Sinn. Das heißt, ich würde sie hier erstmal wieder zum Tanken ausspielen. Wieder ein Alley. Hellcat. Kostet mich drei Ressourcen. Da ich habe nur eins auf der Hand. Da würde ich einfach mal die drei hier weggeben. Das ist auch bitter hier. Dann ist sie draußen. Als Aktion kann ich sie wieder zurück auf meine Hand nehmen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich greife mit ihr an. Dann bekommt sie einen Schaden und er bekommt einen Schaden. Das ist auch neu. Er hätte schon lange tot sein müssen. Das dauert hier viel zu lang. Die beiden Karten kann ich jetzt nicht mehr ausspielen. Die möchte ich eigentlich behalten. Die sollte ich eigentlich auch lieber... Naja, dann würde ich ihn halt stunnen, wenn ich ihn angreife. Komm, ich riskiere es einfach. Das wird schon gut gehen. Ich greife an. Das wird auf jeden Fall klappen. Mache damit drei Schaden. Dann geht er runter auf sechs. Die beiden... Naja, diese Karte hier behalte ich. Dann muss ich mich auch perfekt nicht neu mischen. Das heißt, ich mache dann am Ende wieder alles ready. Ich könnte sie auf die Hand nehmen, um sie wieder zu heilen. Aber sie kostet auch immer drei zum Aufspielen. Dann darf ich ja nur vier Karten haben. Das heißt, ich nehme vier. Wie das jetzt in dem Fall genau ist, ob ich jetzt schon mischen muss oder nicht, denke natürlich erst, wenn ich ziele. Das heißt, ich bekomme jetzt nicht diese Karte außer der Reihe. Wenn doch, dann könnte ich jetzt vielleicht verloren haben. Das werden wir gleich sehen. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Gamma Slam. Und wenn ich diese Runde jetzt überlebe, habe ich gewonnen. Die brauche ich dann im Prinzip gar nicht mehr spielen. Das heißt, wir gucken wieder. Erst eine Bedrohung drauf. Dann greift er mich an. Ich möchte sie vorschicken zum Verteidigen. Gibt einen Schaden extra. Das heißt, er macht jetzt fünf Schaden auf sie. Damit ist sie kaputt und kommt auch aus dem Spiel. Die Karte hier bleibt auch dran. Und dann gucken wir mal, was hier kommt. Wenn er halt, ja, hard to keep down. Das ist halt schwer, gegen ihn anzukämpfen. Der kommt immer wieder. Das heißt, er halt jetzt vier Leben ist wieder hoch auf zehn. Nervig. Aber ich glaube, er wird jetzt trotzdem einfach sterben. Weil er ist jetzt durch. Ich bin jetzt dran. Ich könnte, ich muss sogar hier eine Karte ziehen. Ja, und jetzt habe ich ein kleines Problem. Weil um diesen Gamma Slam auszuspielen, muss ich eine Karte ziehen. Weil ich habe nur drei. Oh, ist das bitter. Ich habe zwar auch Split Personality. Die ist eigentlich auch ganz cool. Damit könnte ich jetzt meine Form wechseln. Oh doch, das geht. Das geht. Das funktioniert. Sehr gut. Oh, perfekte Karten der richtigen Kombination. Nein, geht nicht. Weil ich muss die mit drei bezahlen. Ist der Gamma Slam weg. Ich will das eigentlich diese Runde schaffen. Also, gucken wir mal, was passiert. Ich würde einfach mal sagen, ich benutze Avengers Mansion. Dann, jetzt muss ich auf jeden Fall eine Karte ziehen. Das heißt, ich bekomme jetzt diese Karte hier. Bekomme dann den Helicarrier wieder. Gucke, was ich hier bekommen habe. Call of God. Also, ne. Das heißt, ich muss jetzt die oder die oder die Karte abwerfen. Wenn ich das nicht mache, würde ich noch eine neue ziehen. Ist aber jetzt eigentlich egal. Ich könnte jetzt sagen, okay. Ich werfe mir hier den Integration Room ab. Der hat eh nicht so super viele Minions. Dann kommt die Karte hier weg. Und jetzt kann ich den Gamma Slam spielen. Der kostet mich vier Ressourcen. Und der sagt jetzt einfach Hero Action. Ich bin noch der Held. Deal x Damage. Also, mach x Schaden bis zur Maximum von 15. Und x ist die Menge an Schaden, die mir bereits zugefügt wurde. Ich habe ja vier. Das heißt, ich habe insgesamt elf Schaden bekommen. Also, mache ich ihm jetzt elf Schaden. Er hat zehn Lebenspunkte. Und damit Enemy Down. Und Reno ist kaputt. Er spielt immer nur gegen zwei Stufen. Wie gesagt, hätte ich jetzt auf Schwer gespielt. Dann hätte ich halt gleich von Anfang an auf Level. Also, wenn wir uns das mal im Vergleich angucken. Dann sehen wir halt hier. So auf Level 1 und 2 macht er halt hier 1,1. Und dann macht er einfach nur einen Schaden mehr. Und bringt einmal dieses Teil hier ins Spiel. Hätte ich halt auf Schwer gespielt. Würde er gleich immer drei Schaden machen. Er hätte gleich dieses Nebenscheme im Deck. Und auf der nächsten Stufe würde er halt vier Schaden machen. Er würde Toughness bekommen. Das heißt, einmal den kompletten Schaden absorbieren. Er hätte noch einen Lebenspunkt pro Spieler mehr. Und hier für uns würde gestunt werden. Das heißt, eine Runde lang könnten wir keinen Schaden. Oder so lange, bis wir wieder Schaden machen, wird halt der Schaden verhindert, den wir machen. Das wäre natürlich super, super hart. So, und hier im Deck sind jetzt hier Standardkarten drin. Wenn ich auf Expert spiele, kommen auch diese Expert-Karten rein. Und das sind halt so Karten, die kommen immer in jedes Gegner-Deck rein. Das heißt, egal wie wenig Spiele, diese Sachen kann der immer machen. Plus seine individuellen Karten, die nur er hat. Hier zum Beispiel so eine Rüstung, wo er nochmal fünf Lebenspunkte auf eurem Meer bekommt. Oder hier dieser Sandman, der reinkommt, der auch tough ist, der vier Lebenspunkte hat. Den ersten Schaden absorbiert er komplett. Und wir haben hier eben auch noch dann solche, diese Bombscare-Karten drin. Das ist halt nochmal der Nebenschauplatz. Wir haben jetzt gerade hier so ein Bombenbedrohungsszenario. Da kann es halt auch alles mögliche andere geben. Da gibt es welche, die heißen irgendwie Masters of Evil. Und ich glaube, da gibt es vier oder fünf Stück von. Da habe ich bisher immer nur die vorgegebenen genommen. Das heißt, auch der Gegner setzt sich immer aus drei verschiedenen Karten zusammen. Einmal die individuell vom Gegner selbst, die ihm so seinen komplett eigenen Charakter geben. Dann die Szenarien-Karten, sage ich mal. Da gibt es auch irgendwas, Legions of Hydra und so, die das auch nochmal, also auch diesen Gegner, sehr schwer machen können. Wenn die Karten gezogen werden, dann wird es gleich nochmal eine Spur härter. Oder halt, wenn ich jetzt gegen Ultron spiele, was der härteste Gegner aus diesem Grundspiel ist, dann kann ich halt so einen leichteren Nebenschauplatz reinnehmen, um das leichter zu schaffen. Und es ist, wenn ihr das Spiel ausparkt, sind direkt zwei Gegner vorgegeben. Ich glaube, Spider-Man und Captain Marvel. Und mit diesem vorgegebenen Deck, was ihr einfach nehmt, da habt ihr halt so ein Set an Karten, könnt damit losspielen. Mit dem Deck könnt ihr gegen jeden Gegner aus dem Grundspiel gewinnen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, so Deckbau, das ist so gar nicht meins, müsst ihr nicht machen. Ihr könnt einfach das vorgebende Deck nehmen. Und hier sind dann eben noch so Setups drin, wie man halt noch Iron Man mit Aggression spielen kann. Captain Marvel mit Leadership, Spider-Man mit Justice, Black Panther gegen Protection. Und das ist eigentlich auch cool gemacht. Sie hat hier so wirklich ihren eigenen Charakter. Sie will man zum Beispiel ständig flippen, was ich auch getan habe. Das möchte man mit den anderen Leuten nicht machen. Iron Man zum Beispiel, wie schon gesagt. Der baut sich erst so nach und nach seinen Anzug zusammen. Und solange er den noch nicht vollständig hat, kann der nicht so viel. Wenn er den aber voll hat, dann macht er richtig krasse Sachen. Genau wie Black Panther. Der hat ja seine Wakanda-Technologie. Und der baut sich auch so seinen eigenen Anzug zusammen. Und hat dann so Kombo-Karten. Und kann die dann in einer speziellen Reihenfolge ausführen. Spider-Man lebt halt viel von seinen Spider-Senses. Der macht nicht so super viel Schaden. Er bekommt aber irgendwie immer Karten, wenn er angegriffen wird. Weil er es vorahnen kann. Er hat so ganz viele andere Effekte, die sich darum drehen. Also sie haben schon alle ihren eigenen Charakter. Es gibt zum Beispiel auch noch Captain America. Der kann sein Schild aufspielen. Und dann irgendwie Karten spielen. Und dann macht der Schild irgendwie super viel Schaden. Und kehrt danach auf die Hand zurück. Also wirklich auch durchaus thematisch viel drin. So von den Effekten, Mechaniken, die da drin sind. Natürlich erzählt dieses Spiel jetzt hier, wie ihr schon gemerkt habt, keine große Geschichte. Es gibt so eine lose Hintergrundgeschichte. Man kann sich eigene Geschichten ausdenken, während man das Ganze spielt. Aber in erster Linie kommt es halt darauf an, hier diese Karten cool runterzuspielen. Wenn ich hier irgendwie Karten auf der Hand habe. Irgendwie, keine Ahnung, die sechs Stück hier. Und ich denke, boah, die sind irgendwie alle toll. Spiele ich jetzt, bezeihe ich die drei mit denen. Und spiele ich dann noch die mit dem und irgendwas anderem hier aus. Oder will ich lieber die kleinen Karten spielen. Oder will ich vielleicht nur eine Karte auf der Hand behalten. Oder möchte ich irgendwie meine Form wechseln. Und dann die Karte spielen. Und mit dem Formwechseln hier Schaden drauf machen. Vielleicht einen Minion kaputt machen. Oder, oder, oder. Also diese Mechanik, dass ich hier wirklich mal genau planen muss, was möchte ich machen. Und vielleicht auch wie eben. Ich auch auf eine super coole Karte warte, wo ich weiß, die habe ich drin. Die habe ich nur einmal drin. Die möchte ich aber gerne ziehen. Dann versuche ich natürlich auch meine ganze Hand zu spielen, um die effektiv zu nutzen. Habe danach keine Karten mehr auf der Hand. Und dann ziehe ich einfach, je nachdem in welcher Form ich bin, auch wieder Karten nach. Und freue mich dann, wenn die passende Karte dabei ist. Und sonst gucke ich halt, okay, das ist nicht die Karte, die ich wollte. Aber, was mache ich trotzdem. Ich habe jetzt gerade sehr darauf gespielt. Die Frage ist natürlich, sollte man das so machen. Oder hätte ich einfach jede Runde versuchen können, hier drei Schaden zu machen. Dann wäre er vielleicht sogar noch vorher tot gewesen. Und das war jetzt einmal eine Runde. Das hat jetzt im Rohschnitt eine Stunde gedauert. Zusammengeschnitten vielleicht eine Dreiviertelstunde. Knapp drunter. Ohne Erklärung und alles hätte ich das jetzt so locker in einer Viertelstunde, vielleicht höchstens 25 Minuten runtergespielt. Also es geht sehr flott. Diesen Helden hier kann ich jetzt auch eben einfach so wieder zusammenbauen. Wenn ich weiß, okay, ich spiele das jetzt eh immer nur so im Grundset und will da gar nicht super viel bauen. Dann kann ich mir hier einfach so ein, zwei Decks zusammenbauen. Pack die wieder in die Schachtel. Und wenn ich das das nächste Mal spiele, hier müsste ich jetzt auch wieder meine Obligation raussuchen. Die ich ja wahrscheinlich auch wieder reingemischt habe. Das heißt, da gucke ich einfach, wo ist sie. Wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man auch so ungefähr, wie die aussieht. Ich habe die ja, glaube ich, schon aus dem Spiel genommen. Hier legt die auch wieder dazu. Und dann nehme ich auch einfach den Gegner. Leg den hier wieder zusammen. Das ist jetzt das Einzige, wenn ich sage beim nächsten Mal, ich möchte gegen einen anderen Gegner spielen. Den kann ich mir auch schon komplett zusammenbauen. Nur diese Standardkarten. Die muss ich dann einmal hier komplett raussuchen. Das könnte ich jetzt auch direkt einfach nach der Partie machen, weil ich nächstes Mal vielleicht nicht schon wieder gegen den Reno spielen will. Das ist tatsächlich der uninteressanteste von den Gegnern, die da drin sind. Dann würde ich das in einen Sipbeutel tun. Die hier in einen Sipbeutel einfach so da reinlegen. Skihike in einen Sipbeutel. Ich habe mir zum Beispiel auch ein Spider-Man Deck gebaut. Das heißt, Spider-Man and his friends. Da sind einfach ganz viele Addys drin. Also Verbündete. Und dann noch Karten, mit denen er die wieder zurückholen kann aus seinem Ablagestapel. Und der hat dann halt so ganz viele Spider-Man-Effekte. Und ihr habt vielleicht hier oben diese Karten gesehen. Das sind so Nemesis-Karten. So für den Gegner wirklich selbst. So seinen Erzfeind quasi. Und die können ins Spiel kommen. Die müssen nicht ins Spiel kommen. Das hängt dann hiervon ab, wenn hier die Karte Shadows of the Past gezogen wird. Dass also die Schatten der Vergangenheit wieder auftauchen. Dann kommen die halt ins Spiel. Dann kommt gleich hier so ein Nebenschauplatz rein. Dann kommt hier so ein Minion rein. Titania. Und die Karten kommen dann auch in den Ablagestapel. Wenn dann der Gegner-Kartenstapel durchgemischt wird, kommen die ins Spiel. Und da kann es halt sein, dass ihr durch das ganze Gegner-Deck einmal durchseiten diese Karte nicht kam. Weil ihr wurdet angegriffen. Habt diese Karte gezogen. Dann interessiert euch ja nur diese Symbole hier unten. Und die Karten packt man dann auch zu seinem Deck dazu. Und die haben auch eine andere Kartenrückseite. Das heißt, man weiß genau, wenn man das das nächste Mal spielt. Die Karten müssen irgendwie ins Gegner-Deck. Beziehungsweise die Nemesis-Karten kommen erstmal beiseite. Auch, dass man diesen Status-Karten hier sehr charmant gelöst. Es gibt halt nur Confused, Tough und Stunt. Legt man drauf. Hat einen ganz klaren Effekt. Verhindert eigenen Schaden. Sorgt dafür, dass man einmal komplett Schaden frisst. Sorgt dafür, dass man halt kein Scheme machen kann. Und da keine Bedrohung erzeugen kann. Da wird es sicher im Laufe der weiteren Packs, die es so geben wird, noch andere Karten geben. Aber das sollte jetzt erstmal nur so ein Erklär-Let's-Play sein. Dass ihr einen Eindruck davon habt. Dass ihr wisst, wie man das spielt. Schon mal so eine ganze Partie mit Erklärungen gesehen habt. Was ich jetzt natürlich nicht gezeigt habe, war so dieser Koop-Aspekt. Dass ich immer, wenn ich irgendwas mache und wir da irgendwie eine Bedrohung haben. Wir sehen, okay, wenn er gleich irgendwie schemt und hier Bedrohung aufbaut. Dann passieren schlimme Dinge. Also wechsle ich mal lieber in die Heldenform. Aber du musst in der Form bleiben. Aber du kannst hier Bedrohung runternehmen. Also können wir beide da bleiben. Ah, mir geht es nicht so gut. Hier, ich habe einen First Aid. Zwar macht der andere Spieler gerade seinen Zug. Aber ich kann sagen, du, hier, ich kann das First Aid für dich spielen. Oder kann irgendwelche anderen Effekte in deinem Zug nutzen. Und so kann man sich halt die ganze Zeit helfen. Also der Koop-Aspekt ist wirklich sehr, sehr hoch bei diesem Spiel. Und ja, das war dann einmal ein Let's-Play zu Marvel Champions. Ich habe da jetzt insgesamt sieben Partien gespielt. Mehr als die Hälfte davon Solo. Das geht tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ich glaube, zu zweit, wenn das beide können und beide sich voll darauf einlassen, ist es wahrscheinlich das beste Erlebnis. Man könnte alleine auch zwei Helden spielen. Ah, da ich schon alleine immer sehr verwirrt bin, will ich mich nicht jetzt noch um zwei Charaktere kümmern müssen. Aber ich werde da auf jeden Fall nochmal ein ausführliches Rezensionsvideo zu den Stärken und Schwächen machen. Was mir daran gefällt, was mir nicht so gefällt. Aber da möchte ich nochmal mindestens so viele Partien spielen, wie ich jetzt bisher gespielt habe. Aber das wird dann kommen. Ich hoffe irgendwann im Februar. Mal gucken, wie die Leute so Lust haben, das zu spielen. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne Kommentare da, wie eure Erfahrungen mit dem Spiel sind. Und das war es dann von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald. Und tschüss. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.